Yo, hallo Leute und Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Zotr. Letztes Mal stehen geblieben hier, als wir nicht mehr weiter konnten, weil wir die verdammte Hymne der Zeit nicht besitzen. Das heißt, wo ist Epuna? Die habe ich doch irgendwo geparkt, oder nicht? Wir brauchen jetzt Epuna nämlich. Denn wir wollen hinten das Spiel bei den Gurudu-Damen da machen. Damit wir da... Ui, da bist du doch. Gut, komm mal her. Komm mal ran hier. So. Vielleicht kriegen wir ja was richtig Schniekes von der Ranken. Heisch! So. Haia! Das können wir zweimal machen. Einmal müssen wir 1000 Punkte erreichen und einmal 1500. So, ja. Komm. Ja. Bam, 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 bam. Oh. Oh, verdammt! Nein! Oh. Das ist eine Katastrophe, Leute. Verdammt. Eui, 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 eui. Ich sehe... Keine Zukunft für uns. Verdammt! Komm schon. Jetzt... Wir haben noch eine Chance, Leute. Die 1000 Punkte zu knacken. Wenn ich jetzt keine Scheiße baue. Boom! Oh, ja. Ich bin der ultimative Master. Was denn sonst, ey? Und? Ach, komm schon, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Nur weil wir hier Pfeilübungen spielen machen, heißt es nicht, dass du mir Pfeile geben musst. Mein Gott, ey. Wartet mal kurz, Leute. Ich muss hier kurz was aufschreiben noch. Habe ich ganz vergessen. Ähm... So. Sorry. Jetzt geht's los. Okay. 1500. Das wird jetzt schon... ...bisschen schwieriger. Komm schon, jetzt aber. Oh, Mann. Okay. Das lief schon mal. Naja. Ich muss die Mitte treffen. Verdammt. Ach, Gott, ey. Ich hasse es. Keine Chance. Och, Mann. 100 Punkte. Nochmal. Ja. Komm, komm. Schaff mir. Schaff mir. Mann! Jetzt aber. Nice. Verdammt. Verdammt. Aber... Nee. Nee. Ja, we... Ja, unwahrscheinlich, dass ich das schaffe. Verdammt. Ah. Ah. So. Ein Versuch mache ich noch, Leute. Wenn ich es dann nicht schaffe, dann mache ich einen Cut. Dann braucht ihr euch das nicht geben. Aber so müsst ihr jetzt mal kurz mit mir mitleiden. Weil ich diesen scheiß Schuss am Anfang immer verkacke. So, jetzt. Komm schon, Leute. Drückt mir die Daumen. Komm schon. Bitte spiele. Düm, 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 düm. So. Yeah. Woohoo. Geschafft. Brum. Und, was kriegen wir Schönes? Oh. Oh. Hi. Endlich tauchst du auch mal auf, ey. So. Ich bilde mir ein, dass da hinten so ein Stein war. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich schaue mal nach, weil ich will euch das mal kurz demonstrieren, wie das funktioniert mit diesem Stein der Weisen. Oder Stein, was auch immer. Ne, okay, hier ist keiner. Ähm, was machen wir jetzt? Ich würde sagen... Hm. Warte mal, war das da hinten? Ne. Okay. Ich würde sagen, wir gehen nochmal in den Feuertempel. Oder? Ne. Nein, nein. So. Wir gehen einmal... Denn wir haben hier jetzt die, ähm, Goldschuppe. Da können wir jetzt, ähm, na, hier beim Hylürsee, bei der alten Schachtel da... Ich, ich, ich erzähl euch mal gleich, wenn wir da angekommen sind bei dem Haus. Ich springe einfach mal hier runter. Hör auf zu schreien, Link. Hier sind Leute, die schlafen wollen. Speedrun! Wuhu! Ich feiere das immer noch so hart mit dem Schild und der weißen Rüstung, äh. Das könnt ihr gar nicht glauben. Ich bin so mad, dass ich die goldenen Handschuhe jetzt hab. Die sind nur... Die sind eigentlich so unnötig, nur für Ghanons Schloss. Mehr brauchst du für... Was anderes brauchst du die nicht. Tief tauchen! Hey! Cool! Hey! So. Und was kriegen wir von dir? Irgendwas cooles? Nee! Müll! So. Auf nach, äh... Nee. Nein! Verdammt! So. Geht doch. Mein Gott. So schwer ist das jetzt auch wieder nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich hab irgendwas vergessen. Vergessen im Feuertempel. Irgendetwas. Muss ich eigentlich vergessen haben im Feuertempel. Weil... Anders kann ich mir das irgendwie nicht erklären. Weil in dem Raum, wo der, ähm... Wo man die Hymne der Zeit braucht, da ist doch eigentlich nur eine Skulltula drin. Soweit ich weiß. Hopp! Oi! Hör auf zu schreien, Link. Stell dich nicht so an. Jetzt die Frage. Ich, ich, ich kontrolliere nochmal alles durch. Weil ich... Bin mir jetzt nicht mehr sicher, was ich alles abgecheckt hab. Habe ich das da hinten abgecheckt? Oh! Ne, ne, ne. Da wollte ich noch gar nicht rein. Ich wollte in den ersten Raum. Weil ich... Bin mir da jetzt nicht sicher. Ja, war ich da jetzt drin? Im ersten Raum? Ich schau mal nach. Einfach mal, um sicher zu gehen. Okay, hier war ich schon. Da drüben ist nichts. So. Ups. Oh, ne. Ich dachte, ich falle da runter. Gut. Weiter geht's. Oh, wieder die Musik, ey. Ein Weapon up and day. Ein Weapon up and day. So. Gehen wir mal nach links. War ich da unten drin? War ich da unten drin? So. Gucken wir mal nach. Habe ich... Hier war ich auch drin? Okay. Das ist sehr gut. Auf der anderen Seite? Da gehen wir jetzt hin. Hopp. 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 So. Wow. Fast hat er mich beobachtet. Aber nur fast. Sprung. Und hopp. Ich weiß nicht. Eine Säule, also ein so ein Ding geht, springt doch nach oben, oder nicht? Ich weiß jetzt gerade nicht, welche das war. Ne, ich glaube, hier war ich auch schon. Hier war ja die Wand zum Wegbauen. Ja, hier war ich auch schon. Verdammt. Was habe ich übersehen? Wartet mal. Irgendwas war doch... Oben. Ach, scheiß auf. Da war eh nichts drin. Ähm. So. Gehen wir mal weiter. Gucken wir hier. Das haben wir was Schönes. Muss ich den Stein wieder verschieben? Ja, muss ich. Oh Gott. Warum spiele? Ich habe das doch schon mal gemacht. Blue. Komm. Zack. Stirb. Und zurechtschieben hier wieder. Ähm. Ich glaube, in diesem Labyrinth habe ich irgendwas vergessen. Da muss ich gleich nochmal gucken, ey. Schauen wir uns das dann mal gleich an. Entschuldigung. Ach komm, den Stein muss ich da auch wieder verschieben, ey. Ach Gott, ey. Das ist aber nervig. Sprung. So. Dich verschieben auch. Damit alle glücklich sind und zufrieden. Hm. Was uns jetzt noch richtig fehlt, sind eigentlich die Gleitstiefel. Wo kriegen wir die Gleitstiefel her, Leute? Ja. Hopp. Hopp. Hm. Bin ich cool, Leute? Hier so. Ich hoffe, das reicht. Yeah. Cool. Speedrun hier. So. Ticklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklicklickl hier muss doch irgendwas sein was ich vergessen habe was habe ich hier vergessen leute eine unsichtbare wand also fake wand hier war ich hier drin ich bitte lass mich hier nicht drin gewesen sein bitte verdammt ich war hier schon das das ist jetzt echt komisch wie zur hölle hier war eine school tooler jetzt bin ich wieder hier what the fuck wie zur hölle das wie zur hölle wie zur hölle soll ich das machen ok leute ich habe echt keine ahnung meine fresse das regt mich gerade richtig auf was zur hölle fehlt mir wo kriege ich die nächsten lieder her waldtempel muss ich machen waldtempel kann ich aber nicht machen weil ich dafür die verdammte hier in der zeit brauche ich muss eigentlich mal so ein stein anquatschen die zeit brauche ich bei bei wenn ich verdammt 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 was was mache ich hier hier brauche ich auch die hymne der zeit ich muss irgendein tempel abschließen können damit ich endlich die hymne der zeit kriege aber wie zur hölle ach komm mein gott ne wartet mal hier oben auf der ebene war doch auch irgendwo wo ich hin kann da hinten so ich das wäre jetzt so geil wenn ich die gleitstiefel kriegen würde hier die gleitstiefel werden jetzt echt hilfreich wobei für was für was wenn gleitstiefel hilfreich ich brauche die für den schattentempel aber da komme ich nicht rein solange ich nicht das lied habe für den schattentempel alter das ist alles so das regt auf leute da hinten war der weg zum dark link da komme ich auch nicht lang das heißt ich muss hinter auf die zweite etage da hinten da will ich hin ich glaube da war ich nämlich nicht schuhe switchen zack und lande ich nein natürlich nicht ich glaube hier war das oder der weg wo ich dann weiter kommen würde kamera beruhig dich alter was für eine eklige kamera fahrt hier ach komm jetzt muss ich ernsthaft hier runter nein ich will doch nicht die die rüstung wechseln ich will die schuhe wechseln ach komm sandwicht wen anderen hoch da komme ich überhaupt hoch nein natürlich nicht dann wieder runter und nein einfach und fliegst du link alter das das ist richtig ätzend ich glaube deswegen hassen die meisten leute den weil den wasser tempel wegen verdammten stiefel wechsel hoff ich spür dich doch jetzt schiebt das teil mich das kann doch nicht wahr sein verdammte wochen geht wie in anderen nerven stirb meine fresse bist du nervig zack ok was habt ihr schönes zu bieten herzen ok eigentlich muss ich jetzt verdammten tempel fertig machen aber was mache ich hier auch diese rochende wieso switche ich immer die verdammte rüstung so lass mich in ruhe gut gibt es hier noch was machen kann ich glaube das war es hier verdammte ich was kann ich machen leute song of storms habe ich was kann ich damit machen zum waldtempel könnte ich gehen den fertig versuchen fertig zu machen das regt auf leute das regt auf 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 erstmal hochschwimmen ich brauch den langen enttagen also den enttagen bei euch nur wo finde ich ihn ist die frage weil da komme ich nicht rüber das heißt ich versuche den waldtempel zu machen vielleicht vielleicht kann ich da was machen vielleicht salias song wäre auch nicht schlecht dann können wir zu darun ja gehen aber lieber den die hymne der zeit das wäre jetzt echt ein traum hymne der zeit kriegen das wäre perfekte hohe haltet die schnauze ihr wolfies ausgerichtet habt ihr das gesehen leute wie kann er es wagen hier kann mich glaube ich auch nicht weiter wegen der wegen dem zeitsteinen hier Ich gehe mal da hin Nehme ich mal an Okay Mann, Hymne der Zeit Wo bist du? Du regst mich grad so auf Warte mal, da oben war auch nichts, oder? Da brauche ich einen Schlüssel für, oder? War das nicht so? War das nicht so, dass ich dafür einen Schlüssel brauche? Schauen wir mal nach Bin mir da jetzt nicht so sicher Alter, dieser Part ist so unnötig Haben wir überhaupt irgendwas Sinnvolles hier gemacht? Ne, ne? Außer den Deko Upgrade bekommen Also Deko Stick Upgrade Sonst haben wir nichts gemacht In diesem Part, ey Nur Zeitverschwendung Im Prinzip könnte ich den Part in die Pfanne hauen, ey Ach Gott, ey War hier irgendetwas? Gucken wir mal nach Hey Okay Das heißt, wir drehen den Raum mal kurz um Und gucken Ob wir hier irgendwas machen können Zack Zack Ey Ich will mal vorher abbrechen, weil ich denke, ich treffe sowieso Weil ich denke, ich bin so cool Einfach Zeit sparen, aber dann Bin ich doch nicht cool So Ab ins Loch da Ey So Hier war ich noch nicht Da muss ich hin Hier Bin ich richtig Denn ich muss da hoch Zack Dich mach ich tot Und Dich mach ich tot Weil ich keinen Bock auf euch hab Zack So Ich hoffe, hier war ich noch nicht, oder? Gucken wir mal Nein Hier war ich noch nicht Gott sei Dank Wir haben Fortschritt gemacht, Leute Endlich Stirb Nice Endlich Weiter Uh Und Ne Truhe Oh Gott sei Dank Oh Ich dachte schon Ich dachte schon, ich sitze auf dem Schlauch Aber Leute Was in dieser Truhe ist Erfahren wir im nächsten Part Also dann Ciao 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 Ciao